Und eine Idee, die mir jetzt auch noch beim Mulchen gekommen ist, dort liegt schön das Heu, äh Quas, Stroh, hier wie gesagt, schön hingelegt. Auf jeden Fall, welche Idee mir jetzt auch noch gekommen ist, diese Scheiben herzustellen, das wäre eventuell, wenn man jetzt solche Pflanzscheiben machen würde, das wäre aus Fällen, praktisch heutzutage die ganzen Schlachtabfälle oder auch, über 25.000 Füchse werden jedes Jahr in Deutschland geschossen und einfach verbuddelt, ohne dass man das Fell großartig noch verwendet. Und da könnte man auch diese Felle nehmen und diese praktisch dann als Stücke schneiden und ähnlich wie diese Ringe, diese Filzringe, und dann halt als Mulch ringsherum legen. Auch das, so ein Fell, das dürfte auf jeden Fall einiges mulchen. Und dann ist ja auch dort diese Schafwolle noch dabei, also welche Seite man nach oben legt, nach unten bin ich mir noch nicht sicher. Aber das wäre auf jeden Fall auch eine Alternative. Und dann kommt dieser Biostoff einfach wieder in die Natur statt in die Verbrennungsanlage. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.